Es ist anzunehmen, dass der Tod zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr eingetreten ist. Danke, Doktor. Sie ist erschossen worden. Von vorne. Das ist Herr Bienert, der Ehemann. Guten Tag, Herr Bienert. Darf ich Ihnen meinen Beileid aussprechen? Danke. Können Sie ein paar Fragen beantworten? Ich höre, Sie haben mit Ihrer Frau noch telefoniert. Ich war in der Seemühle. Das ist Herr Kirchhoff, der Wirt. Er war auch so freundlich, mich hierher zu fahren. Ich habe dort Billard gespielt. Ich spielte mit einem sehr guten Spieler. Auf einmal war es über die Zeit. Ich hatte meiner Frau versprochen, um vier zu Hause zu sein. Plötzlich war es halb fünf und da habe ich angerufen. Es wurde auch abgenommen, aber es hat sich niemand gemeldet. Ich hörte nur aufgeregte Stimmen, so als ob ein Kampf stattfinden würde. Ich hörte heftiges Atmen und Stöhnen, so als ob jemand mit aller Gewalt am Sprechen gehindert wird. Und dann, dann wurde aufgelegt. Können Sie sagen, was für eine Stimme Sie gehört haben? Haben Sie einzelne Worte unterscheiden können? Verstehen konnte ich nicht. Das war alles, alles undeutlich. Ich meine, ich habe kein einzelnes Wort rausgehört, wenn Sie das meinen. Aber es war die Stimme meiner Frau in Angst, in Todesangst. Und die Stimme eines Mannes, so viel ist sicher. Aber die Sie an niemanden erinnern. Aber ich war doch selber viel zu aufgeregt. Ich wusste gleich, passiert etwas ganz Schreckliches. Und da habe ich gefragt, wer kann mich fahren. Ich war ohne meinen Wagen da. Ich war mit dem Taxi gekommen. Und Herr Kirchhoff selbst war dann so nett und hat mich hier... Gut, 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 gut. Jetzt kommen Sie erst einmal zur Ruhe, ja? Vielleicht können Sie sich später doch noch an das eine oder andere Wort erinnern. Haben Sie eine Waffe im Haus? Nein. Waren Sie bei einem Telefongespräch dabei? Ich stand daneben. Haben Sie vielleicht was gehört? Wir haben gesehen und wir haben gehört, dass Sabine hat sehr aufgeregt war. Hallo, Margret. Ja, was ist denn? Ich verstehe nicht. Margret. Ich höre Lärm. Stimmen, Schreie, um Himmels Willen. Margret, melde dich doch. Ist aufgeregt. Ja, aber was ist denn da los? So als fände da ein Kampf statt. Hallo, Margret. Geh doch ran. Der Hörer wird nicht abgenommen. Ich muss nach Hause. Ich bin ohne Wagen da. Ich bin mit dem Taxi gekommen. Schnell, den Taxi ruf. Ich bringe Sie nach Hause. Ich bin gefahren wie der Teufel, aber wir fanden Sie nur noch gut. Nein! Brauchen Sie die Tote noch? Hm? Ja, ich komme noch mal. Also, was hat Bina dem Telefon gehört? Der wurde um den Telefonhörer gekämpft. Der Mund wurde ihr zugehalten. Keuchen, stöhnen. Sie hat sich verzweifelt gewehrt. Müsste man da nicht etwas sehen? Eine Kleidung, eine Frisur? Müsste man. Wie alt ist Sie? Älter als Ihr Mann, ne? Zwölf Jahre. Was machen Sie beruflich, Herr Wienert? Wir haben eigene Geschäfte. Anlagen, Beteiligung. Ja, der Verkehr mit den Banken, mit den Prokuristen. Das ist eine Menge zu tun. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 32. Sie sind sehr viel jünger als Ihre Frau. Ja. Wie lange sind Sie verheiratet? Seit einem Jahr. Sie sagten eigene Geschäfte. Was für Geschäfte sind das? Alles Mögliche. Könnten Sie uns das vielleicht näher erklären? Na ja, es handelt sich da um zwei Ladengeschäfte. Parfümarien. Die eine in der Briennastraße, die andere am Rathausplatz. Und weiter? Na ja, dann gibt es noch Beteiligung. An einem Schmuckgeschäft, einer Musikalienhandlung, einem Weingroßhandel. Gibt es viel Arbeit. Verwaltungsarbeit. Haben Sie diese Geschäfte mit in die Ehe gebracht? Nein. Meine Frau. Meiner Frau gehören die Geschäfte. Ist das jetzt von irgendeiner Wichtigkeit? Ja, alle Lebensumstände sind wichtig für uns. Schwierigkeiten, Probleme, die Ihre Frau vielleicht hatte. Na, wird es doch sicher gehabt haben, oder? Oder nicht? Ja. Na ja, natürlich, ja. Ja. Aber sie hat nicht über alles mit mir gesprochen. Hat mir nicht alles erzählt. Letzter Zeit, da schien sie ziemlich bedrückt. Sie war ruhiger als sonst. Konnte nachts nicht schlafen. Ist aufgestanden, hat sich Tabletten geholt. Hat sie Ihnen gesagt, was sie bedrückt hat? Nein, nein. Sie hat kein Wort darüber fallen lassen. Sie, na ja, vielleicht wollte sie mich damit nicht behelligen. Hat Ihre Frau Verwandte? Ja. Ihr Vater lebt noch, aber da ist so gut wie keine Beziehung. Warum nicht? Na ja, ich glaube, es war ihm nicht ganz recht, dass sie noch mal geheiratet hat. Was macht denn Ihr erster Mann? Der ist, ähm, der ist tot. Gestorben an einer Embolie. Ungefähr vor fünf Jahren. Können wir mal Ihre Personalien haben? Meine Personalien? Ach ja, natürlich, im Moment. Nimmst du sie auf, Harry? Ja, bitte kommen Sie. Wienert, die Antwort aus Wiesbaden. Schwere Raub mit Totschlag. Berger soll kommen und Hanau. Wer gerade Zeit hat, zwei Leute brauche ich. Wollen Sie zu mir? Wir haben noch eine Frage. Von welchem Apparat aus hat Bina telefoniert? Von diesem da. Als Bina telefonierte, wo stand er da? Hier? Ja, genau. Und Sie standen? Hier. Darf ich mal? Okay. War es genau hier, wo Sie standen? Ja, genau. Berger? Ach ja. Hallo, Dirk. Kannst du losgehen? Okay. Ja, ja, wir versuchen unser Glück. Wir werden unser Bestes tun. Genau. Hallo. Hilfe. Hilfe. Aua. Lassen Sie mich. Hilfe. Danke, Berger. Es ist gut. Also, ich konnte alles ganz deutlich hören. Das Stöhnen, das Rufen und das Poltern. Herr Kerkhoff, als Bina telefonierte, haben Sie da wirklich gar nichts gehört? Nein. Absolut nichts. Also, jetzt nehmen wir mal an, er hat gewählt, aber es hat sich niemand gemeldet. Weil sie schon tot war. Weil sie schon tot war, ja. Ab wann waren Bina gestern hier und hat Billiard gespielt? Ab zwei Uhr. Sie haben drei Stunden gespielt. Bei demnach kann er nicht der Mauer sein. Nein, er hat sie in Alibi verschafft. Für alle Fälle. Also. Kann ich den Herrn etwas anbieten? Kann er dir was anbieten? Danke. Er hat die Nummer gewählt. Und dass sich niemand meldete, was für ihn das Zeichen, alles in Ordnung. Und dann zog er seine Schuhe ab hier vor allen Leuten. Das ist doch gar nicht dumm, ne? Aber wie gut das überlegt war, siehst du daran, sie haben zwei Wagen. Bina hat einen, seine Frau hat einen. Was macht er? Er kommt mit dem Taxi. Ja, damit ihn jemand helfen konnte. Ja, ihn nach Hause zu bringen. Ja, mit den Zeugen gleich mitgebracht, natürlich. Ja, das ist alles reine Theorie, Stefan. Vielleicht wird uns verleimt, dass wir eine Theorie haben. Ja, das würde bedeuten, dass er mit dem Mörder unter eine Decke steckt. Ja, würde es bedeuten. Hast du Bienhards Nummer da? Die zweite. Ich darf doch mal telefonieren. Bitte, bitte. Hier ist Derek. Nur eine Frage. Können wir heute Nachmittag zu Ihnen kommen? Sind Sie zu Hause? Gibt es was Neues? Na, wie man es nimmt. Für Sie ist es nicht neu. Aber warten Sie auf. Da können Sie mir die Uhrzeit sagen. Ich meine, ich bin jetzt ungeheuer beschäftigt. Der Todesfall, der bringt eine Menge Arbeit. Ich muss die Anzeigen aufgeben. Ich muss zum Notar. Ich muss zur Versicherung. Also bitte nicht vor vier. Was? Ja, gut. Das ist der Vater von Frau Bienert, Stefan. Er ist hergekommen, weil Bienert ihn nicht ins Haus lässt. Herr Rottmann hält Bienert für den Mörder. Er ist es. Glauben Sie mir, er ist es. Hast du, Herr Rottmann, gesagt, dass Bienert ein Alibi hat? Ja, ich habe es ihm gesagt. Ja, aber ich glaube es nicht. Verzeihen Sie vielmals. Ich will Ihre Arbeit nicht kritisieren, aber Sie werden mir das nicht ausreden können. Bienert ist der Mörder. Kommen Sie mal, Herr Rottmann. Was sind Sie vom Beruf, Herr Rottmann? Ich bin Lehrer. Ich unterrichte noch an einer Privatschule. Deutsch und Geschichte. Und die Geschäfte, die Läden, die Unternehmungen, die Ihre Tochter... Hat Ihr Mann mit in die Ehe gebracht? Ihr erster Mann, selbstverständlich. Bienert hat nichts mit in die Ehe gebracht. Nicht einmal Manieren. Die schon gar nicht. Warum hat Ihre Tochter Bienert geheiratet? Ich weiß es nicht. Ich sagte ihr, heirate Bienert nicht. Markert, siehst du denn nicht, der hat doch keinen Wert, keinen inneren Wert. Das drückt sich doch aus. Man sieht es. Ich jedenfalls sehe es. Beim ersten Mal habe ich es gesehen, aber sie hörte nicht auf mich. Sie sagte, ich liebe ihn, Vater. Und ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem Leben noch einmal jemanden lieben darf. Und hat mich, ihren Vater, nicht mehr ins Haus gelassen. Ich sagte, du wirst die Quittung bekommen. Eines Tages wirst du dafür bezahlen müssen. Und sie hat bezahlt. Mit ihrem Leben. Herr Rottmann, ist Ihnen und Ihrer Tochter das Vorleben Bienerts bekannt gewesen? Er hat ein Vorleben? Das ist Herr Euler. Herr Euler ist Versicherungsagent und die Herren sind von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Ich glaube, wir haben es dann. Ja, ich mache das alles unterschriftsreif und würde dann noch mal vorbeikommen. Wäre es Ihnen recht? Ach, rufen Sie mich an, wenn es so weit ist. Ich bringe Sie noch raus. Wiedersehen. Wiedersehen. Gehen Sie nur rein. Sie kennen sich ja hier schon raus. Erstens war er nervöser. Ja, hat sich gefangen. Entschuldigen Sie aber, ich wollte das heute erledigt haben. Wissen Sie, Lebensversicherung, da kommt es aufs schnellstes Unterrichten an. War Ihre Frau hochversichert? Ja. Die Versicherung läuft seit 15 Jahren. Der erste Mann meiner Frau hat sie noch abgeschlossen. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Ich möchte Ihnen zuerst einmal Ihr Foto zurückbringen. Sie haben zehn Jahre in Stadelheim gesessen. Ach so, deshalb sind Sie hier. Ja, und? Schwere Raub und Totschlag. Nein, das können Sie mir nicht mehr vorrechnen. Dafür habe ich bezahlt. Hat Ihre Frau davon gewusst? Warum sollte ich ihr das sagen? Nein, ich fand, dass das nicht nötig war. Wie haben Sie Ihre Frau eigentlich kennengelernt? Auf einer Party. Sie war eingeladen, ich war eingeladen. Wir haben miteinander getanzt, haben uns unterhalten und dann habe ich Sie nach Hause gebracht, weil Sie alleine gekommen war. Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, bis Sie Ihre Frau so weit hatten, dass sie sie heiratet? Aha! Jetzt machen Sie mir aber Spaß. Was wollen Sie eigentlich wissen? Ob Sie Sie geliebt haben? Hören Sie mir mal gut zu. Ich habe zehn Jahre im Knast gesessen. Mit 20 bin ich rein und mit 30 wieder raus. Keine Familie, keine Arbeit, kein Geld. Keine Aussicht auf das, was einem Menschen ein bisschen Freude macht. Und da lerne ich eine Frau kennen, die plötzlich einen Narren an mir gefressen hat. Was hätte ich ihr sagen sollen? Hä? Hätte ich ihr sagen sollen, komm, hau ab! Du bist eine alte Frau für mich, lass mich in Frieden. Nein! Ich habe hingesehen. Ich habe sehr gut hingesehen. Ja, und da war alles, alles, was ich mir immer wünschte. Bitte, schauen Sie sich doch um hier. Das Haus, die Geschäfte, gesunde Bankkonten. Sie sind ziemlich ehrlich. Hätten Sie mir geglaubt, wenn ich Ihnen gesagt hätte, ich hätte diese Frau geliebt? Er, ganz sicher nicht. Na also, ich sage Ihnen etwas ganz offen. Ich habe nicht viel verloren. Mir ist nicht nach Weinen zumute. Der Tod Ihrer Frau hat Ihnen eine Menge eingebracht. Ja. Wer hat Sie umgebracht? Sie kennen den Mörder. Sind Sie wahnsinnig? Ich behaupte, Sie kennen den Mörder. Ich behaupte, er hat in Ihrem Auftrag gemordet. Ich behaupte, er hat Ihr Geschäft besorgt. Also, ich kann Sie nicht daran hindern, zu fantasieren. Bitte tun Sie es. Nichts dagegen. Aber das eine sage ich Ihnen. Auf sowas war ich gefasst. Damit habe ich gerechnet. Aber Sie erschrecken mich nicht. Wiedersehen, Nadine. Du bist erschüttert, hm? Ja. Über diese Kaltschnäuzigkeit. Ja, ist ein tolles Kaliber. Ich traue es Ihnen zu, den Mord. Einen bestellten Mord. Ich bin jetzt auch davon überzeugt. Aber wir haben ja überhaupt nichts in der Hand. Wo ist der Anfang des Fadens? Nehmen wir mal an, Harry. Binert hat einen Mörder bestellt. Es kann ja nur ein Mann sein, den er sehr gut kennt. Ich meine, aus dem entsprechenden Milieu. Du denkst in seine Gefängniszeit? Zehn Jahre lang hat er mit Verbrechern jeder Kategorie Kontakt gehabt. Er ist selbst ein Mörder. Ja, das ist alles, was wir bei Binert hier haben. Nicht sehr viel. Aber Sie erinnern sich noch an ihn, ne? Ja, ziemlich gut sogar. Er hat öfters hier im Büro ausgeholfen. Er war sehr anständlich. Kluger Kopf. Begriff schnell, Sie wissen. Und sein Charakter? Danach fangen wir doch hier nicht. Wir sind froh, wenn hier alles Reimung ist, wo es abläuft. Und in dieser Hinsicht hat uns da Binert nie Schwierigkeiten gemacht. Er hatte doch sicher Kontakt zu anderen Gefangenen, nicht? Sie meinen... Besonderen Kontakt. Sehen Sie, es interessiert uns, zu welchen Mitgefangenen er eine ganz besondere Beziehung hatte. Was den Akten da kamen. Ich müsste feststellen, wer von seinen Mitgefangenen noch im Haus ist und die Leute dann befragen. Aber es wird ein paar Tage dauern. Herr Inspektor, interessieren Sie sich für Billard? Naja, ich spiel's ja auch. Spielen wir mal zusammen. Aber das tun wir doch schon. Ach. Wir spielen miteinander? Ja. Wer ist vorn? Sie sind vorn. Dann gefällt mir das Spielen. Haben Sie das bestellt? Ja, ich. Ach nein, Sie laden mich ein? Sie trinken das Scotch, ne? Danke. Ich nehme an. Können Sie sich das denn leisten? Gerade noch. Da sind Sie natürlich besser dran. Ja. Meine Frau hat mehr besessen, als ich wusste. Sie sind ein gemachter Mann. Ja. So kann man sagen. Und es gefällt mir. Wo haben Sie denn so gut Billard spielen gelernt? Im Gefängnis nicht. Haben Sie nicht öfter mal mit dem Direktor gespielt? Er hat's mir selber gesagt. Er hat doch da einen Billardraum für seinen Justizpersonal. Ab und zu hat er auch mit Ihnen gespielt, nicht? Sie waren ja ein Mustergefangener mit Privilegien. Er hat eine Menge von Ihnen gelernt. Er hat mir gesagt, Sie seien kaltblütig, überlegt, risikofreudig, präzise. Na? Er stellte Ihrer Intelligenz ein hervorragendes Zeugnis aus. Sie stellen Erkundigung an? Na, sagen wir mal so, ich nehme Ihr Leben auseinander. Im Gefängnis habe ich nur angefangen. Sie werden doch Ihre Kalbblütigkeit nicht verdienen. Die wird doch so an Ihnen gerühmt. Warum machst du das eigentlich, Stefan? Ich muss ihn provozieren. Er muss Fehler machen. Ich bin auf seine Fehler angewiesen. Er wurde ganz schön nervös, als ich vom Gefängnis sprach. Vielleicht mit Recht. Hier ist die Mitteilung von Stadelheim. Mit einer Liste von seinen Zellengenossen. Aber in den letzten Jahren war er eigentlich nur mit einem zusammen. Rudolf Nolde? Mit dem war er sehr befreundet. Laut Aussage der anderen. Nolde, Nolde. Wie alt? 30. Ungefähr genauso alt wie Bienert. Weswegen verurteilt? Auch wegen Totschlags. Ja, haben sich ja gesucht und gefunden. Ist er draußen? Ja, ungefähr genauso lang wie Bienert. Ist deine Adresse dabei? Das leider nicht. Ich habe dann angerufen. Er ist bei seinem Bruder in Taufkirchen. Jetzt fragt man sich doch einiges. Ja, ich frage mich zum Beispiel. Du sag mal, der Vater von Frau Bienert, der... Der Lehrer, Herr Rottmann. Kann man ihn erreichen? Telefonisch? Herr Rottmann, haben Sie mal im Zusammenhang mit Bienert oder mit Ihrer Tochter den Namen Nolde gehört? Rudolf Nolde. Nein, der Name ist mir ganz unbekannt. Danke, Herr Rottmann. Oh nein, ich kann noch nichts dazu sagen, aber ich melde mich wieder. Ich halte Sie auf dem Laufenden, ja? Gut. Wiederhören. Hat den Namen noch nie gehört. Weiß auch von keinem Besuch, den Nolde im Hause Bienerts gemacht hätte. Leben jahrelang in einer Zelle. Beide sind Sie wegen Totschlags drin. Beide werden Sie zur gleichen Zeit entlassen. Beide leben Sie hier in München. Und besuchen Sie sich nicht? Vielleicht wollte Bienert keinen Kontakt mehr. Na, verleugnet der seine Vergangenheit? Gegenüber seiner Frau hat er sie verleugnet. Nolde hätte seine Vergangenheit genauso gut kaschieren können. So gut wie Bienert. Und? Was schließt du da raus? Ich weiß nicht. Ich wundere mich nur. Guten Tag. Tag, die Herren. Tag. Wir hätten gerne Herrn Rudolf Nolde gesprochen. Mein Bruder? Der wohnt nicht hier. Aber wollen Sie seine Adresse haben? Da wohnt Albrechtstraße 10. Ist er da jetzt anzutreffen oder arbeitet er irgendwo? Ich glaube, er wird jetzt schon zu Hause sein. Darf ich fragen, was Sie von ihm wollen? Sind Sie von der Polizei? Ja, Kriminalpolizei. Tag, Frau Schröder. Das dachte ich mir. Entschuldigen Sie aber. Zwei Männer, die nichts kaufen und dann nach meinem Bruder fragen. Bitte. Marga, kommst du vor? Ja. Wissen Sie, ich möchte ihm Ärger ersparen, der nicht unbedingt nötig ist. Mein Bruder hat ein völlig neues Seemann gefangen und ist doch jetzt verheiratet seit einem halben Jahr. Und das geht ihm prima. Dann hat wirklich keinen Grund mehr, irgendwelche Dummheiten zu machen. Wenn Sie wollen, dann kann ich ihn ja anrufen. Dann können Sie sich vielleicht außerhalb des Hauses treffen. Seine Frau, die weiß nichts von seiner Vorstrafe. Darf ich fragen, wen Ihr Bruder geheiratet hat? Ja, eine Frau Bär. Mensch, da kann ich Ihnen sagen. Da hat er einen Schwein gehabt. Das ist eine prachtvolle Frau. Naja, und außerdem vermögend. Sehr vermögend? Das kann man wohl sagen. Jedenfalls für meine Verhältnisse. Für Ihre, glaube ich, übrigens auch. Ja, also, soll ich anrufen? Nee, das ist nicht nötig. Sagen Sie, wie alt ist eigentlich Frau Bär? Naja, sie ist etwas älter als er. Aber ich finde, das ist nur gut für ihn, wissen Sie? Er war immer ein bisschen das Sorgenkind der Familie. Reagierte oft unbedacht und bedenkenlos. Und naja, deshalb finde ich, dass es gut ist, dass er eine ältere Frau geheiratet hat. War sie schon mal verheiratet? Ja, das war sie. Wurde eigentlich Ihr Bruder seine Frau kennengelernt? Auf irgendeiner Party, glaube ich. Ich dachte, ich höre nicht recht. Auch verheiratet, auch eine vermögende Witwe. Ich habe da so eine Idee. Ich traue mich fast nicht, die zu Ende zu denken. Tu's ruhig, ich tu's auch. Wienert hat einen Mörder gebraucht. Nehmen wir mal an, Nolde. Seinen Freund, seinen ehemaligen Zellengenossen. Verzeihen Sie, Rudolf Nolde? Ja, bitte. Kriminalpolizei. Hätten Sie mal mehr Zeit für uns? Ja. Um was geht es denn? Können wir ins Haus gehen? Ja, bitte. Was ist denn mit dem Wagen? Ach, die Vergaseeinstellung stand ja nicht. Ah ja? Sie sind praktisch veranlaget. Ja, richtig. Sie haben ja in der Schlosserei gearbeitet. In Gefängnis. Ja, bitte. Ich wollte Sie noch um etwas bitten. Ihre Frau soll nichts erfahren. Ja. Wir werden uns Mühe geben. Rudolf? Ja, ich bin Charlotte. Hast du es geschafft mit dem Wagen? Ach, du hast Besuch. Ja, ich wollte mit den Herren etwas besprechen. Guten Tag. Etwas Geschäftliches. Guten Tag. Guten Tag. Ich gehe mit den Herren in die Bibliothek. Ja, natürlich. Bitte, kommen Sie. Soll ich einen Kaffee machen lassen? Das macht keine Umstände. Oder etwas anderes? Hören Sie. Nicht nötig, danke. Hast du Ärger? Nein. Wie kommst du darauf? Weil ich es dir ansehe. Nein, ich habe keine Ärger. Kennen Sie Herrn Bienert? Evald Bienert? Das wissen Sie doch. Wir haben zusammen in der Zelle gelegen. Wie viele Jahre? Vier Jahre lang. Sind Sie befreundet miteinander? Nein. Nein, wir sind nicht befreundet. Was wir in einer Zelle waren, das war rein zufällig. Hat keine Bedeutung. Nein, nein. In den Zeugenaussagen, die wir haben, das steht so ganz anders. Zeugenaussagen? Ja, von Strafgefangenen, die Sie beide kennen. Sie und Bienert. Übereinstimmt wurde da ausgesagt, dass Sie sogar sehr befreundet waren. Ach ja. Im Knast ist das was anderes. Da ist man ja aufeinander angewiesen. Aber jetzt sind wir raus aus dem Gefängnis. Und seitdem sehe ich ihn nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo er steckt, wo er ist. Ich habe keine Verbindung mehr zu ihm. Gar keine. Das ist Ihr Schreibtisch, denn? Nein, das ist... Tja, jetzt ist es meiner. Der erste Mann meiner Frau hat früher dran gearbeitet. Was hat er gemacht? Er war Techniker. Physiker. Hat eine Menge Patente hinterlassen. Was haben Sie eigentlich für eine Ausbildung? Keine. Eine Lehre habe ich mitgemacht. Kaufmännische. Das Adressbuch, das Notizbuch. Darf ich da mal reinschauen? Ja. Bitte. Keine Verbindung zu Bienert? Nein. Sie wissen nicht, dass er in München lebt, verheiratet ist? Nein. Sie wissen nicht, dass seine Frau vor drei Tagen erschossen wurde? Nein. Wo waren Sie Dienstag? Nachmittags zwischen vier und halb fünf? Da habe ich meinen Wagen ausprobiert, auf der Autobahn nach Garmisch. Diese Frage können Sie so schnell beantworten? Ja, weil... Weil... Weil Sie auf die Frage vorbereitet waren. Sie haben natürlich keinen Zeugen dafür. Sie waren allein im Wagen. Ja. Entschuldigung. Darf ich nicht da etwas bringen? Worüber wird denn hier verhandelt? Ist nichts. Nichts Besonderes. Bitte, Charlotte. Lass mich mit dir allein. Fühlst du dich nicht gut? Doch, doch. Bitte. Es geht schon, oder? Wissen Sie nicht doch, wo Bienert wohnt? Wissen Sie es nicht ganz genau? Nein. Waren Sie nicht am Dienstag zwischen vier und halb fünf an der Haustür von Bienert? Nein. Haben Sie nicht zu Frau Bienert gesagt, ich bin ein Freund von Ewald, worauf Sie dann ins Haus gelassen worden sind? Nein! Nein! Er lügt, Stefan. Ja. Nolde lügt, ja. Er brach fast zusammen, aber... Er hat Stand gehalten. Er weiß, dass er in einer guten Position ist. Er muss nur bei seinem Nein bleiben. So ist es. Also? Sind wir gescheitert, Stefan? Die kommen davon, Stefan. Wirst du sehen, die kommen davon. Harry, Bienert sowie Nolde haben ihre Frauen auf einer Party kennengelernt. Ja. Raus aus dem Knast und lernen ihre reichen Witwen kennen. Irgendwie passt das nicht zusammen. Such mir mal die Telefonnummer von Nolde raus. Ja, bitte. Frau Nolde, ich war gerade mit einem Kollegen bei Ihnen. Wir haben mit Ihrem Mann gesprochen. Nein, mein Mann ist nicht da. Er ist weggefahren. Nein, ich weiß nicht wohin. Hören Sie, das Gespräch mit Ihnen hat meinen Mann offenbar sehr beunruhigt. Was wollten Sie denn von ihm? Sind Sie von der Polizei? Ja, Frau Nolde, von der Kriminalpolizei. Wir hatten in einer Ermittlungssache nur ein paar Routinefragen an Ihren Mann. Es ist ein Mordfall. Bitte beantworten Sie mir nur eine Frage. Wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Sagen Sie mir, wo ich Sie finde. Ich komme sofort. Ja. Ja. Ich steige sofort in meinen Wagen. Mörder? Rudolf? Nein, das glaube ich nicht. Das ist auch Ihr gutes Recht, Frau Nolde. Er hat mich belogen. Gut. Er hat mir nichts erzählt von seiner Vorstrafe. Und nichts davon, dass er einen Menschen getötet hat. Im Streit, sagten Sie. Zufällig. Unglücklicherweise. Unbeabsichtigt. Das muss man auch sehen. Ja, schlimm genug. Ja. Das alles ist schlimm genug. Aber Ihr Gedankengang geht sehr viel weiter, wenn ich Sie richtig verstehe. Sie glauben, dass er auf Anstiftung einen Mord begangen hat? Als Vorleistung? Auf einen Mord, den nun der andere begehen soll? An mir? Frau Nolde, dass wir uns recht verstehen, ne? Ob es wirklich so ist, das wissen wir nicht. Ich verstehe schon. Sie haben da eine Mutmaßung, die Ihr Beruf vielleicht von Ihnen verlangt, mit der Sie mich unbedingt bekannt machen müssen. Sie halten es für Ihre Pflicht, nicht wahr? Ja. Ich glaube es nicht. Nein. Das ist alles ein Riesenmissverständnis. Mein Mann ist jung. Vielleicht ein bisschen unfertig. Mit viel Temperament. Aber es ist das, was ich an ihm liebe. Deswegen habe ich ihn geheiratet. Wegen... Wegen seiner Unbekümmertheit. Wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Auf einer Party, sagt er. Ja. Das ist richtig. Ein Bekannter hatte mich eingeladen. Zu einer Gesellschaft. Wer ist dieser Bekannte? Herr Eule. Er macht alle unsere Versicherungsangelegenheiten. Haben Sie doch eine Lebensversicherung? Ja. Nun? Ah. Sofort feststellen. Eule. Vorname. Welche Versicherung? Wo wohnt er? Anfragen natürlich auch in Wiesbaden. Bienert hat seine Frau auch auf einer Party kennengelernt. Die Eule gab. Joachim Eule, mehrfach vorgestraft, vor drei Jahren aus Stadenheim entlassen. Wo er vier Jahre abgesessen hat. Kriminalpfeuert sei. Sagen Sie, kennen wir uns nicht. Bitte. Danke. Wir haben es bei Bienert gesehen, nicht? Ja. Richtig. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Sie hat, das ist eine traurige Geschichte, von der ich mehr Anteil habe und nehmen, als Sie sich erwissen. Bienert lernte seine Frau bei mir kennen. Das war auf einer Party, die ich gab. Und woher kennen Sie Bienert? Aus Stadelheim. Ich habe ja doch vor Jahren eine Strafe verbüßt und habe eine Weile mit ihm auf einem Gang gelegen. Wir freundeten uns an. Nach seiner Entlassung suchte er mich auf, ob ich ihm helfen könne. Konnten Sie ihm helfen? Es war nicht mehr nötig. Die Dinge wendeten sich wie von selbst zu seinem Guten, er lernte damals seine Frau kennen. Warum sind Sie hier? Sie sind ein Glücksbringer, Herr Eule. So kann man es fast nennen. Ein Glücksbringer, was? Nicht nur für Bienert. Wen denken Sie da noch? An Rudolf Nolde. Ist ja auch ein Bekannter aus dem Knast. Ja. Richtig. Richtig. Der hat ja auch jemanden kennengelernt, die... Frau Beer. Der Bienert, der Nolde. Die haben beide ihr Glück gemacht. Aber jetzt im Ernst. Weswegen suchen Sie mich auf? Wir suchen immer noch den Mörder von Frau Bienert. Sehen Sie, und nun ist Herr Bienert selber in Verdacht geraten. Naja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Er hat ein Alibi. Ein hundertprozentiges, ne? Jetzt dachten wir, dass da vielleicht jemand in seinem Auftrag gehandelt hat. Und deswegen sind wir hier. Ganz einfach. Nur um keine Möglichkeit der Information auszulassen. Tja. Ich verstehe. Tut mir leid, dass ich Ihnen da so gar nicht helfen kann. Wir auch. Wiedersehen. Wiederschauen. Rudolf. Rudolf. Was hast du denn? Was ist denn? Bitte sag's mir. Bitte. Bitte. Lass mich nicht. Rudolf. Du bist in einer schrecklichen Verfassung. Das sehe ich. Was ist passiert? Lass mich entfalten. Die Herren waren von der Polizei, nicht wahr? War kein Kunststück, das festzustellen. Ich habe mit Ihnen gesprochen, Rudolf. Ich weiß jetzt, dass du im Gefängnis warst. Und auch weswegen. Ich weiß, wer Bienert ist. Und dass seine Frau ermordet wurde. Du willst weg? Ja. Ohne Erklärung. Oder kenne ich Sie schon? Ein Mord. Und nur ein Mord! Erzähl mir alles. Das Gefängnis war es. Die Zelle. Lieber Baraschitz. Die Entfernung von allem, was man kennt. Was normal ist. Wenn nichts mehr normal ist. Dann bleiben auch die Gedanken nicht mehr normal. Die Vorstellungen, die man sich macht. Du gegen alle. Das frisst sich dir ein. Du. Und alle anderen sind deine Feinde. Und Bienert bestärkte mich gedrehen. Wir haben in der Zelle wachgelegen. Und uns vorgestellt, was wir tun, wenn wir rauskommen. Er sagte, man muss nur auf den richtigen Dreh kommen. Ich verstehe mich. Wir haben doch alles gehasst. Und wir haben uns geschworen, auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Auf nichts. Auf niemanden. Da war noch jemand bei uns auf dem Zähneingang. Ein gewisser Euler. Versicherungsmann. Er sagte, ihr wisst ja gar nicht, wie viel Geld unterwegs ist. Und die Frauen haben es. Ich habe zwar gesagt, dass ich es mache. Aber ich mache es nicht. Ich habe es mir überlegt. Ich war nicht mehr in der Zelle. Es war auf einmal ganz anders. Ich hatte keine Verrücktheit mehr. Und ich habe ihm gesagt, ich mache es nicht. Und Bienert ließ nicht locker. Er sagte, du bekommst Dienstag zwischen vier und halb fünf. Klingelst. Sagst du, du bist dein Freund von mir. Sie öffnet dir. Du hast keine Spiegel gehabt. Überhaupt keine. Ich bin hingegangen. Habe geklingelt. Es öffnet niemand. Ich klingelte nochmal. Da plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Schön, dass du gekommen bist. Ein Aussteigen in solcher Sache gibt es nicht. Ich fragte, was machst du denn hier? Er sagte, ich habe getan, was du tun solltest. Ich habe sie umgebracht. Im gleichen Augenblick hörte ich aus dem Wohnzimmer das Telefon. Weißt du, wer dran ist? Bienert. Er telefoniert gerade mit seiner Frau. Beric? Wenn Sie kommen, jetzt. Ach, das Lichtertrassen. Wo bist du, Rudolf? Melde dich! Komm. Sie sind festgenommen wegen Verdacht des Mordes an Frau Bienert und verdächtigt wegen Vorbereitung zum Mord an Frau Nolde. Vielen Dank. Schnellen. Schnellen. Töne. Schnellen.